Mittwoch, 30. Oktober, 18.30 Uhr, Werther Bremen gegen Heidenheim, 4 zu 1. Jorip Afanka, Michael Lang, Milos Volkowicz, Sebastian Langkamp, Morco Friedl, Leonardo Bittencourt, Zahi Klasen, Maximilian Ecclstein, Belieb, Afate, Milos, Rosinka, Josa Zarkant, Fidus Echer, Marlon Busch, Oliver Hösink, Patrick Manka, Mark Schnatterach, Sebastian Kiesbik, Konstantin Grischbaumär, Norman Eukauf, Niklas Dursch, Robert Leibitz, David Otto, 20.43 Uhr, 80.4 Oktober, 2.45 Uhr, 15.3 Uhr, 15.3 Uhr, 16.4 Uhr, 17.4 Uhr, 17.3 Uhr, 14.4 Uhr, 16.4 Uhr, L statistically labiert, D 401.4 Uhr, 16.3 Uhr, 18.4 Uhr, 18.3 Uhr, 18.4 Uhr, 18.4 Uhr, 18.4 Uhr, 18.4 Uhr, 18.5 Uhr, 19.5 Uhr, 18.4ية, 18.3 yeah. Vielen Dank.